Hallo zusammen und euch allen einen fröhlichen Pride Month. Nachdem ich den letzten Monat Urlaub genommen habe, möchte ich eben mit diesem kleinen Video anfangen. Einfach weil, okay, als jemand, der pansexuell ist und sich innerhalb der Familie noch nicht geoutet hat mit fast 30 Jahren, weiß ich, es ist ein unheimlich gruseliges Gefühl, sich outen zu müssen als irgendetwas, was nicht in Anführungsstrichen normal ist. Einfach weil man im Grunde eine 50-50 Chance hat, dass die eigene Familie einen vor die Tür wirft, wenn man minderjährig ist. Und wenn man bedenkt, dass vor allem ältere Generationen ein klein bisschen voreingenommen sind, ist es wahrscheinlich eine schlimmere Chance als 50-50. Das heißt, ich nutze die Möglichkeit, online als LGBT Plus zu präsentieren, einfach weil ich hier in Anführungsstrichen einen Safe Space habe. Es gibt zwar einen ganzen Haufen Vollidioten, die immer noch homophob sind, aber die sind nicht wirklich ein Problem, weil ich die ausblenden kann. Die haben nicht wirklich einen Einfluss auf mein Privatleben. Und ich glaube, genauso agieren sehr viele Jugendliche. Dass man sich zwar online so darstellen kann, wie man wirklich ist oder wirklich sein möchte, aber man muss das im Privatleben zu einem gewissen Grad verheimlichen, einfach um niemanden komisch anzustoßen und nicht das Ziel von irgendwelchen Arschlöchern zu werden. Und darum, um gerade ernst zu bleiben, eine kurze Nachricht an die Leute, die Teil der LGBT Community sind, aber sich noch nicht gegenüber ihren Freunden oder Familie geoutet haben. Niemand zwingt euch, euch gegenüber Personen zu outen, wo ihr es nicht wollt oder wo ihr Angst habt, dass ihr irgendwelche negativen Folgen davon tragt. Ihr seid nicht weniger Teil der LGBT Community und ihr seid nicht weniger, als was auch immer ihr euch identifiziert, nur weil ihr es nicht in die Welt herausposaunt. Und auch wenn ihr Probleme habt, ein Label zu finden oder die Labels sich über die Zeit ändern, heißt das nicht, dass ihr euch selber belügt oder Special Snowflake sein wollt oder was auch immer irgendwelche Arschlöcher euch erzählen möchten. Ihr seid eine vollständige, selbstrealisierte Person. Und wenn sich diese Selbstrealisierung über die Zeit ändert oder ihr das, was ihr über euch gelernt habt, nicht mit anderen teilen wollt, ist das vollkommen okay. Und weil das schon wieder deutlich zu profund und emotional für mich ist und ich mit dem ganzen Zeug eigentlich gar nichts anfangen kann, wenn es in Richtung emotional oder hochtragend geht, habe ich noch zwei Buchtipps für Leute im Allgemeinen. Das erste Buch wäre The Song of Achilles. Könnt ihr euch entweder als Buch kaufen oder wenn ihr faul seid, so wie ich als Hörbuch. In The Song of Achilles geht es, wie soll das anders sein, um die Romanze zwischen Achilles und Potroklos. Und hier haben wir im Grunde über, zumindest die ersten paar Kapitel, die Selbstfindung von Potroklos als Okay, niemand mag mich, inklusive meines Vaters, über Achilles ist irgendwie süß, bis hin zu Okay, jetzt habe ich mit Achilles geschlafen, wie machen wir das weiter? Hilfe, ich bin schwul. Und im Grunde eine typische Teenager, okay, ich habe festgestellt, ich bin schwul, das mache ich jetzt, sorry. Aber im mythologischen Griechenland. Sehr interessant, sehr interessant geschrieben vor allem. Ihr könnt euch mal eine Lesoprobe oder Hörprobe davon ziehen, wenn ihr wollt. Ich finde das Buch persönlich sehr schön. Und der zweite Buchtipp ist My Brothers Husband, wo es um einen alleinerziehenden Vater geht, der den Ehemann seines Bruders trifft, nachdem sein Bruder verstorben ist. Es ist weniger eine große epische Story und es geht eigentlich mehr um Slice of Life-Zeug. Oder um genau zu sein, es geht um Homosexualität und Homophobie und allgemeine Vorurteile in der japanischen Kultur. Es gibt verschiedene Szenen, wo der Ehemann des verstorbenen Bruders von komplett fremden Leuten abgelehnt wird, weil er entweder ein Ausländer ist oder weil er offen homosexuell ist. Der Vater, um den es hier geht, hat anfangs homophobe Vorurteile, die sich mit der Zeit dann verflüchtigen. Und er stellt sich solche Fragen wie, was wäre, wenn meine Tochter eine Lesbe ist und so weiter und so fort. Also ein bisschen Slice of Life zusammen mit den Informationen dazu, wie es in Japan für homosexuelle Männer sich anfühlt zu existieren. Alles verpackt in einen sehr gut gezeichneten Manga von einem Mangaka, der eigentlich schwule Pornos macht. Und ich werde jetzt einfach damit enden, weil wenn ich es schaffe, den Tod dieses Videos noch weiter runterzuziehen, dann muss ich das Ding glaube ich selber flecken. Wie dem auch sei, euch allen einen schönen Pride Month und allgemein einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video.